Da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge Star of the Old Republic. Heute passiert nicht viel in der Folge, weil ich ganz alleine bin. Wir werden heute nur ein paar Raumschlachten kämpfen und die werden wir natürlich genießen. Ich schließe die Mission Ersam Außenposten ab. Level 36, wir versuchen es. So. Uh, ich muss erst wieder reinkommen. Okay. Wie gesagt, ich muss erst mal wieder reinkommen. Okay, dann hat es gezeigt. Greife den Feind an. Jawohl, erwischt! Äh, bup, 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 bup. 60 Raketen aus, reicht easy peasy. Ja. 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 Wirklich beeindruckend! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, zerstöre Talon Raumjäger und zerstöre Hangar zur Station. Ja gut, kriegst du mal noch hin? Nee, joa. So, ein Hangar noch. Und neuen Raumjäger. Sehr schön. Und jetzt müssen wir nur noch überleben. Ich werde siegen. Drei Raketen nur noch. Okay. 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 So. So. Null Raketen. Schön. 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 So. Schließe Mission Tazpan-Hinterhalt ab. Machen wir Oh Gott Da ist die Fähre Da haben wir jetzt Ruhe Holy Ich brauche Platz Noch ein eingebildeter Pilot Ich brauche Platz Ich brauche Platz Ich brauche Platz Das ist gar nicht so einfach hier, ich hab das nicht vermisst. Weh! Weh! Okay, die Dinger abgeschossen haben wir schon. Scheiße, das Ding rennt ja schon. Ich brauche Platz. Aber hey, wir haben es geschafft. Aber wenn das Ding schon raucht wie Espenlaub. Neuer Codex Eintrag, Pilot freigeschalten. So, was haben wir noch? Schließe Mission Jambia Escort. Habe ich doch gerade gemacht. Okay, das ist jetzt ein bisschen weird. Oh Gott. Netz Peron Einsatz. Hammerdorte, Machtdemonstration. Wird natürlich auch noch gemacht. Ich versuche jetzt alle Raumschiff Missionen in der Folge zu absolvieren. Oh Gott. 60 Jäger einfach los. Da haben wir jetzt Ruhe. Ja. Oh Gott. Das ist Wow. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich könnte auch die Raketen benutzen, ich weiß, aber Das ist mir ein bisschen zu riskant hier gerade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, drei Geschütze muss ich noch zerstören. Schön, dass dieses Detail jetzt kommt, wo ich von dem Ding wieder wegfliege. Noch einer erledigt. Komm ich noch mal zu dem Zerstörer irgendwie zurück? Ja, da ist er. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, Aufgaben erledigt. Schade, die kann man nicht in die Luft jagen. Und jetzt noch Sarapin Sturmangriff. Ähm, ja. Oh Gott. Oh, schöner Planet. Ähm, zerstöre vier Schildgeneratoren, zerstöre Raketen, äh ne, zerstöre Geschütze. Da, ziel er fast. Das tut weh. Das tut weh. Nee. finns noch vapen. Die Schildgeneratoren wird isytisch. Ich wäre Tanz am Anfang anbietersten, mit mir angebob. Er ist auch einfach kommt von mir an der Typ. Dann bin mir Enfin. Vik, wie ständig. Jetzt muss ichen, wir dann noch nur ein paar Zeugotaarbe или Ar Sanders-Sachversteins erkennen, dass ich eigentlich andersosaurs. Die Schildinger verteilt heute bin, doğal Osterende, die Rechte schon aquell inserinker sind alle believeeוע chil- Hey, wo kommen die denn alle her? Jawohl, erwischt! Wir müssen jetzt nur mal erklären, was sind die Kack-Schildgeneratoren! Das vergisst niemand so schnell! Ach, an dem Ding, wie sind das? Sag mir das doch einer! Ja! So, noch ein Schildgenerator! Schildgenerator! Hallo? Da! Nice! Ich werde siegen! Ich werde siegen! Ich werde siegen! Ich werde siegen! Aber die Mission auch abgeschlossen! so Kartellhochposten Flottenaktion und Jabim-Escorte Kartellhochposten hier es ist schon wieder so eine Mission ötlich vereindruckend ich musste die Raketen definitiv für die Raumstation aufheben ich darf die jetzt nicht einfach sofort ballern Jawohl! Erwischt! Greife den Feind an Hohragender Schuss Hecht Säge 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 Da haben wir jetzt Ruhe. Tut mir leid, wenn ich gerade durch bin, aber ich will gerade mich hart konzentrieren und dabei das Spiel genießen. Spannende Tops Spannende Tops Spannende Tops Das war's für heute. Jawohl! Erwischt! Ich werde siegen! Ich werde siegen! Und nachdem sie würde kommen. Wir haben jetzt Ruhe! Bäh! Ich muss noch irgendwo ein Satellit rumschwirren. Nur wo? Ah, hinten! Shit! Da ist er! Da ist er! Da hat er es gezeigt! Ah, schade! Besten Zweck kriege ich nicht hin! Oder? Dreht er sich nochmal? Ne, schade! Schade, schade Schokolade! Aber immerhin... Immerhin... Bisschen was... Oh... Ähm... Hier, Jump Beam Escort! Die müssen wir abschließen! Das heißt zu 100%! Oder besser! Fähre gesichtet! Greife an! Hervorragender Schuss! Ach du Scheiße! Von wo wird denn überall geschossen? Ach du mal! Ach du mal! Schade! Ach du mal! Ach du mal! Schade! Ja! Aber jetzt muss ich ihn loslassen! Schade! 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 Wo soll's denn hingehen? Ich brauche Platz! Ich brauche Platz! Das hat sich gut angefühlt. Das hat sich gut angefühlt! Pfff. So, eins noch, krieg ich mal hin, Saloikami, Dingsbums, Saloikami, und dann haben wir die Raumschiffmission auch abgeschlossen. Fürs Erste. Oh, ja gut. Das geht ja noch. Dann haben wir jetzt Ruhe. Oh, ich zerstöre die Schildgeneratoren. Wow. Woher soll ich wissen, wie die Dinger aussehen? Das vergisst niemand so schnell. Obwohl die beiden Republikanischen Kürzen sind. Die Dinger aussehen, wie die Dinger aussehen. Da haben wir jetzt Ruhe. Die Dinger aussehen, wie die Dinger aussehen. Die Dinger aussehen, wie die Dinger aussehen. Das ist ein vorragender Schuss. Das ist ein vorragender Schuss. Das ist ein vorragender Schuss. Schuss. . 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 Gehen und Hattus geteilt. Das hat sich gut angefühlt. Das hat sich gut angefühlt. Ja, das Bonus-Ding haben wir mal wieder nicht mitgenommen. Schade eigentlich. Wäre nur noch eins gewesen. Aber wir haben es abgeschlossen. Ja, das heißt in der nächsten Folge ist dann der Darko wieder mit dabei. Und da fladern wir nach Narschala. Bis dahin. Tschüss.